Freunde, kurz wie meine Freunde. Bones MC reagiert auf die Straf von Jesus. 62 Tage Haft und 414.000 Euro Geldstraff. Bones MC findet das zu ungerecht. Ich find's auch bei uns. Aber du musst überlegen, dein Kollege muss man auch mal Konsequenzen nehmen, wenn du die ganze Zeit nur Scheiße baut. Ich bin auch 1-8-7-Fan, meine Freunde. Die Jungs muss man supporten, man. Bestellt euch die Boxen der Jungs vor. Aber wenn du halt Scheiße baust, du musst halt irgendwann auch Konsequenzen spüren. Du kannst ja nicht die ganze Zeit irgendwie Blödsinn machen oder erwarten, dass man sich das gefeilt hat. Verdammt nochmal. Nimm dir einfach die Fehler ein, setz die 8 Monate ab und dann kommst du halt Ende des Jahres wieder raus und fertig, Mann. Dann droppst du halt nochmal ein Album mit dem Titel Free Jizzes und fertig hast du noch Promo mitgenommen. Also du kannst auch positive Sachen mitnehmen. Mach einfach Promophase raus aus Knastaufentag. Nur als Tipp vom Boss. Okay, meine Freunde, das war's wieder von Nulland, Boss. Abonnieren, gleich nicht vergessen, mein Freund. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.